Ich habe gesagt bei meinem Team, ich muss Kacke rausmachen für ein Engelgesicht. Ich habe das bei meinem Team gesagt. Weil ich habe das nicht gemacht, Kacke raus, ich mache meine TikTok-Lösche. Wallah! Ja, das ist Kacke raus, Kacke raus. Ja, erster Boxer, erster Boxer in dieser Welt, bis jetzt eine Boxerkacke nicht rausgemacht. Das erste Boxerambo für eine in Kaffas Kacke rausmachen. Aber ich glaube, Engelsgesicht kann doch gar nicht boxen. Ich kann gar nichts, ich muss ihn machen, so. Boah, krass. Wann ist der Kampf? Mein Kampf ist am 14.01. 14.01. in Hamburg? Ja, in Hamburg. Und wo kann man Tickets holen? Das poste ich an meiner Seite. Ein paar Tage später, ich poste ich an meiner Seite. Ach so, den Link. Ja, ich linke das. Boah, krass, ich freue mich. Danke. Aber das ist richtig viel. Aber ich glaube, euer Kampf geht nicht so lange. Wenn ich will, ich ein bisschen Chance gebe, aber die Leute, manchmal Leute bei mir sagen, ein bisschen Chance geben, wegen ein bisschen Laufen. Und manchmal sagen, nein, direkt Kacke raus machen. Ich weiß nicht, du sagen, du entscheiden. Direkt Kacke raus machen oder ein bisschen Laufen in diesem Ring? Ein bisschen Laufen. Besser, ja? Und dann Kacke raus machen. Ja, und so erst einmal ein bisschen Laufen. Weil sonst, weißt du, die Leute bezahlen, die kommen, gucken umsonst, wenn du sofort Kacke machst raus, weißt du? Wenn die Leute, viele Leute bei mir sagen, ein bisschen Laufen in diesem Ring und dann Kacke raus machen. Nicht einfach direkt. Oha, du hast krasse Arme, Rambo. Ich bin, Wallah, ich schwöre, wenn ich einmal gebe, es ist fertig, vorbei, seine Zeit vorbei, nichts wieder leben. Wallah, ich habe gesagt. Kann man den Kampf sehen auf YouTube dann, ne? YouTube, ja. YouTube kannst du auch bei YouTube sehen. Aber das kannst du komplett Deutschland sehen. Wo denn in Hamburg? Ich weiß nicht genau, aber ich habe in meiner Seite, ich habe Link gepostet hier. Du kannst sehen an jedem Mensch. Ja, okay, okay. Und, aber du hast keinen Kontakt mit Engelsgesicht, also keine Kollegen oder so. Ehrlich, seit zwei Wochen über mich schlichte Videos machen, über mich reden, im ganzen TikTok. Er hat 2000 Community, alle sind wie gleicher Engelsgesicht. Er hat den Tag über mich reden, Fitness machen. Die will meine Filme, aber die Leute, die das weiß alles, ist ein Penner. Versteht was ich meine? Die kommen über mich schlichte Videos machen. Ja, Rambo hat so, das gemacht Rambo, das gemacht Rambo, so Rambo, so. Aber die Menschen, meine Team, alles weiß, siehst das alles. Versteht du? Ich habe Respekt an alle, jeder hier, Team, meine Team. Und ich bleibe, die hat gesagt, ich Vater von TikTok. Ich habe gesagt, wer hat gewonnen, er muss Vater von TikTok sein. Nicht zum Beispiel jetzt viel größer, größer reden. Jetzt, wir warten, wir sind der erste. Wer gewinnt diesen Kampf? Wer hat gewonnen, er ist Vater von TikTok. Aber ich glaube sowieso, du bist Vater von TikTok. Ja, aber was soll ich sagen? Aber manchmal, Mensch, man weiß nicht, das tut mir sehr leid. Glaubt mir. Versteht was ich meine? Du hast mich, guck mich und guck ihr. Ich bin jetzt momentan, weißt du, ich schwöre, bei mir ist viel heiß und viel warm. Ich habe gegessen, weil er wirklich, ich habe in großen Studien, in Fettnitz gegeben, er war kaputt. Krass. Hast du schon mal was mit Boxkampf zu tun gehabt oder jetzt das erste Mal? Nein, ich habe was zu tun gehabt. Ich war 2015 gesperrt. Wegen, ich habe eine geschlagen bei Hand, Hand kaputt und ich habe Gesperre bekommen. Hast du auch Gesperre bekommen? Bitte vorbei. Diese drei Monate ist gesperrt, ist wieder weg. Und jetzt momentan, ich muss wieder weitermachen, meine Box. Ich bin jetzt weit in Kassa, Hansarin, ich bin bei einem Türken, Majid ist mein Meister. Ich jeden Tag da trainieren. Majid, das ist ein persischer Name, ne? Nein, das ist ein Türker. Ach, ein Türker. Ja, das ist mein Meister. Boah, ich bin sehr gespannt auf deinen Kampf, Rambo. Inshallah, aber dieser Kampf ist wirklich erster Kampf, weil eine richtige, wirklich, dass viele Menschen kommen, viele. Das ist ein richtig krasser Kampf. Ja, Big Match gleich noch 20 Minuten Big Match, Leute. Noch 20 Minuten Big Match. Was ist das Big Match mit Konni dabei? Yusuf, Yusuf. Ich weiß nicht, Yusuf, ich weiß nicht, Yusuf, also, Surya, hast du auch noch mehr von Okay, okay. Danke, Yusuf. Okay, okay. Und sonst alles okay bei dir? Was hast du gemacht in 2020 bist du immer, 2020 bist du hier? Ja? Seit 2000. Seit 2020. 2000, Rambo. Ah, 2000. Krass. Und was hast du gemacht bis jetzt? Schule, Arbeiten. Das übliche, Rambo. Was arbeitest du beruflich? Ich bin jetzt Verkäuferin. Ich arbeite in einem Klamottengeschäft. Ach so, Verkäuferin bei Kassa. Ich habe 2015, ich habe Kassagiere. Kassagiere, viel Stress, ja, manchmal. Weißt du, aber nicht in der... Kassagiere. Dieser Kassagierin, wie heißt dieser? Kassierin. Kassierin. Dieser, viel Stress. Aber welcher Stress? Bei Restaurants viel Stress. Nein, Restaurant ist scheiße, Rambo. Ja, Restaurant ist viel Stress. Restaurant, alle besoffen, alle trinken. Ja, kaum besoffen, ein Mensch kommt, die weiß nicht. Du sagst 10 Euro, er gibt dir 5 Euro. Wenn du sagst 50 Euro, er gibt dir 10 Euro. Einfach kauf nicht Arbeit. Und Nacht, oh. In Ochen, das ist sehr, sehr Stress. Viel. Was machst du aktuell, beruflich, Rambo? Das ich sag dir, privat alles. Okay. Danke, Leute, vielen Dank. Vielen Dank schon. Leute, ich und Rambo machen nach Big Match ein Match. Nein, du hast da schon ein paar was gekriegt. Ich habe schon ein paar was gekriegt. Warum? Woher? Da Frankfurt. Das Link, da in den Posten. Welche du, der Frankfurt? Nee, ich habe schon. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ich bin, in her Stadt, du hast ein paar was? Ich habe jetzt momentan keine, nur 6.300. Keine viel. Ja, aber Alfaas. Ja, du, ich bin ein lieber Mensch, weißt du? Ich bin ein lieber Mensch. Ich weiß, Rambo. Ja, ich bin ein lieber Mensch. Bei meiner Seite gibt es nicht Politik, gibt es nicht so Dings. Es ist immer gute Laune, die Leute zum Lachin, zum Weißen. Und du bist Ehrenmann, Rambo. Danke, Habibi. Und alle, die das nicht sehen, die gönnen dir nichts. Ich weiß, ich weiß manchmal, aber viele Leute gönnen mich. Viel. In dieser meiner Seite jetzt 6.400, alle sind gönnen mich. Ja, natürlich. Die Leute stehen alle hinter dir, Rambo. Ich auch. An alle Inten, an alle meine Team. Ich auch. An alle diese Leute. Die sind alle King, alle sind Liebe, alle sind mein Herz. Danke, Leute. Leute, noch 18 Minuten. Ich habe Big Match. 18 Minuten, ich habe Big Match. 18 Minuten hat Rambo Big Match. Ich bin sehr gespannt, Rambo. Inshallah gewinnst du. Inshallah. Inshallah gewinnst du, Rambo. Ja. Ach, Rambo. Du bist bester Mann. Danke, Bo. Du bist bester Mann. Ich bin bester Mann. Leute, alle gleich rüber zu Rambo. Er hat gleich große Match. Er hat Big Match. Ja. Ich suche eine Frau mit iranischem Pass, schreibt jemand. Aber Bruder, warum iranischem Pass? Warum deutschem Pass? Wallah, iranischem Pass, du kannst nicht in... Kannst du nicht... Wo? Nur darfst du in Afghanistan gehen, bei iranischem Pass. Glaub mir, iranischem Pass brauchst du nicht. Bei iranischem Pass, du darfst nur in Afghanistan gehen. Iranischem Pass, wenn du nach Iran fliegst, du wirst abgeknallt. Du willst keine iranischem Pass, glaub mir. Ja. Ja. Boss Deluxe, subscribe. Boss Deluxe, subscribe. Ja. Ja. Ja.